Hi ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge hier im Süd-Helman-Projekt mit mir, Shelly und dem Bedeckten. Der Esel und so weiter. Moin Leute, grüß euch. Du bist der Esel. Achso. Ja, aber der Esel nennt sich doch immer zuletzt. Also du musst dich selbst zuletzt nennen. Wir machen Düngermission. Ich habe die eine Düngermission gerade fertig für die Pause der Folge hier gerade. So, Feld 9 ist fertig gedüngen, können wir abschließen, haben fast 5000 verdient. Jetzt müssen wir noch auf Feld 28. Wollen wir schnell eine Düngermission abhandeln, snacken wir uns die nächsten Düngermissionen. Ja, wieso? Hä? Das ist aber auch nicht. Wir wollten das noch regeln wegen meinem Anhänger hier. Ja, du kannst ja mal versuchen, wie du richtig ablädst. Kannst du das einfach für mich machen, bitte? Ne, ich weiß ja gar nicht, was du vorhast. Können wir jetzt einmal bei der BGA abnehmen? Dann können es halt. Ne, hier, bei der BGA sollte ich nicht nochmal abladen. Ich sollte erstmal jetzt abwarten, bis ich auch Geld kriege, ne? Ja. Oh Mann, können wir nicht mal ein bisschen schneller mit der Zeit machen, damit wir wissen, ob ich Geld kriege? Ne. Auch nicht. Äh, wie? Braucht nicht. Hier im Dreschen, da brauche ich nicht schnellere Zeit. Egal dunkel, dann spüren wir ja. Aber es dauert noch eine Folge. Ich finde das nicht cool, was du hier machst. Wieso? Hä? Das ist Mobbing. Ne, das ist unsere normale Spiegelständigkeit, die jetzt nicht enther geregelt wird, nur weil du das gerade brauchst. Doch. Wow. Ich muss wissen, ob ich Geld bei der BGA kriege. Mein Konnisch dann sinkt und sinkt und sinkt. Und dasselbe tut er auch sonst. Noch gar nicht. So, hier rundherum war eigentlich auch die Überlegung, dass wir da nochmal weggrubbern, ne? Echt viel Platz, was man da noch gewinnen könnte. Auf der Palette. Ja. Und auch, es liegt zu wachsen, also können wir rüberfahren in unserem Grover. Stehst du auf einer Palette? Jo. Okay, warum? Ich hänge am Schild. Warum? Weiß auch nicht. Noch mal ein bisschen träge. Einige Schilder haben immer Kompositionen und dann mal wieder nicht und mal wieder ja, aber das ist halt so. Wird auch spannend sein. Da muss ich teilweise fast bemerken, welche Dinge mit Kollisionen und welchen. Und hier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen Land gewinnen. Maximal ausnutzen, das Ganze. Bahnleunung, ja. Das muss... Fail erstellen zulassen. Ich finde, er geht nicht an die Straße. Vielleicht ich... Okay, das geht nicht. Einfach viel Spaß. Das ist Teil für zu lange wahrscheinlich. Ich komme hier nicht runter. Sollten wir diese Ballen hier einmal beim Dingsy verkaufen. Das passt mir natürlich auch nicht so gut. Ändert ja jetzt nichts. Da sind mir wirklich die Hände gewonnen. Kannst du doch, wenn du das Geld jetzt nicht unbedingt brauchst, dann lässt du dich erst mal gestapelt schön irgendwo. Verkaufst du denn morgen am Samstag oder Sonntag in der Folge. 3.000 Euro. Das ist ein wenig. Gerade Fläche senken. Aber hier lohnt sich das richtig, dass wir hier auch mal fliegen. Erstmal D4 schnell auf. Der drüben kalkt, der glaube ich jetzt noch so sein ist. Ich weiß in der Mitte, was das geht. Ich glaube, ne. Das war jetzt auch schon wieder zu spät. Du musst auf die Übersicht gucken, ob du kalt bist. Ich muss hier grad hochkonzentriertes Flügen betreiben, ansonsten hau ich sie über die Straße. Ist ja natürlich auch nicht so cool. Oh, das habe ich hier schon gemacht. Das war auch blöd. Wo teilweise ganz praktisch, weil der Mia dann einfach direkt aufs andere Feld weiterfährt, ne. So praktisch. Kann die Felder hier eher nicht zusammenlegen oder so. Hier habe ich einen nicht gewidriert. So, jetzt müssen wir gleich aber erstmal den Drescher entleeren. Passt sowieso ganz gut, weil der jetzt hier im Weg steht. Und gleich ein bisschen was einfallen lassen, dass in die Träger oder kommen. Naja, wenn das... Naja, wenn das Geld gibt, ist es schon krass. Man sagt, du verkaufst das Land wieder, wenn es jetzt kein Geld gibt. Das ist das Geld komplett wieder und kaufst dann ein schönes Feld oder irgendein schönes Gerät oder was auch immer. Die oben die das lassen auf 28 sind abgeschlossen, das ist auch gut. Wenn wir den Drescher mal aus dem Weg fahren, dann kann er auch weiter fahren. Und wir können zu unserem... Oh, Tabak wächst. Sehr schön. Wie sieht das denn aus? Ich muss erstmal Düngermission abschließen. Vielleicht 19 düngen wir auch noch mit am Start. Ich muss 19 düngen. Da oben nach rechts habe ich jetzt können wir auch hinzufahren. Das ist ja so deine Ecke. Du kannst dann hier... Das ist eine schöne Düngermission für dich drin. Das ist bei dir in der Nähe. Aber ich falle da jetzt nicht ganz hin. Ich muss jetzt gucken, dass ich glaube ich den Tabak einmal düngen. Nehmen wir. Ja, nett, ne? Ich den Provisionen 10%. Für die Vermittlung. Für was? Vermittlung. Von was? Der Mission an dich. Hä? Wie? Ich hätte sie auch nehmen können. Ich habe mit dem Bauer direkt gesprochen, also. Wer ist denn der Bauer? Wie heißt der noch? Ach, ich kann mir deinen Namen so schlecht merken. Hier, Jonas. Wieso wusstest du auch, dass der hier irgendwas lassen möchte? Hm. Das Dorf munkelt. Interessant. So, genug Quatsch. So, hier wächst Tabak. Wollen wir schnell mal den Dünger rüberbringen. Dann haben wir da schon die ordentlich optimale Düngerstufe. Oder was? Oder was? Oder wie? Wann wechseln wir denn nach der neueste Version? Gar nicht wahrscheinlich. Bei der neuesten Version ist das ja auch mit dem Abladen in Esser. Das glaube ich nicht. Das ist so. Der Bauer, der hier... Komischer Status auf dem Feld. ...aktualisiert, dass er hier mal ist. Ich glaube, es braucht gar nicht mehr gedüngt werden, so das aussieht. Wollen wir so komplett drauf verzichten. Ich bin am Schuppen. Entladen. Bein entladen. Jetzt? Der Traum sieht ganz gut aus. Oh Gott, was ist denn hier? Eingestellt. So, du kannst das jetzt... So, jetzt wird das schon abgeladen. Was komisches. So, du kannst jetzt zur Seite drehen. Du kannst es ja hinladen, wo du möchtest eigentlich. Ich ganz auch fast. Das ist ja ein bisschen verrückt, dass das hier auch so schwebt. Hm. Dann siehst du dann erstmal sowas hingehen würde. Oh. 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 Wieder weg. Oh ja. Jetzt habe ich... Oh, fast 35.000 gekriegt. Gar nicht so schlecht eigentlich. Aber auch ganz schön viel Arbeit. Ja. Und was ich als Grasbauer-Spezialist hier... ... dafür entschieden. Muss gleich mal was anderes machen. Hufufu. Durch Missionen kannst du ein bisschen Abwechslung reinbringen. Sollte verkaufe ich auch mein ganzes Gerät und spezialisiere mich auf etwas anderes. Was denn? Pferde? Die... Darf ich hier auch wieder streiten wegen diesem böden Pferdemod? Mach ich dann auch. Ich habe ja auch Felder. Ich kann ja sofort Hafer machen. Toll. Jetzt habe ich dich sogar noch auf die Dinge gebracht. Jetzt habe ich schon weiter rüber, ne? So ein bisschen Verschwendung hier. Weil wir hier schon arbeiten. Auf jeden Fall noch einen... Ballen. Scheiße? Ja! Ich hab dich mit dir gesperrt. Können Sieben? Ja, es lebte in etwa ein sehr assez einfach gerade. Ich würde das suffischen? Das ist das schon schon. Also collapsed einiges morality, wenn ich glaube, was es bin und in Ohr et Kerry ist ja. aber das fällt doch auch optimal ausgenutzt in zukunft sonst fehlt so ein bisschen der rand aber eigentlich brauchen wir ihn ja nicht das macht also gar nix an viel hier und darum ums feld geflügt um es größer zu machen hochschön eh so riesige felder bisschen geht ja noch da hier die kante wirklich mal sparen wir diesen abgrund und nicht oh man kann ich das so kaufen auch die könnte ich ja auch mitnehmen auch mit auch verkaufen legt er hier nicht mehr weiter rum einmal den wiggler wir noch den einen ballen herum liegt und was treibst du so? immer noch feldranderstellung so passt das da vor ja auf dem feld bin wir fertig wie gesagt feld 1 einmal schon mal weiter nach niedlichkeit und zwar muss schon mal schauen was wir noch ein bisschen beim tabak noch mal abchecken da muss ja noch an einigen stellen noch ein bisschen gedüngt werden den tabak musst du auch düngen bestimmt auch wieder unkraut spritzen und es kommt unkraut ins tabak da aber das geht ja auch nicht wieviel tabak so angibt es denn eigentlich? ja hatten wir geguckt ne ich glaub es waren 75 aber irgendwie nur zwei die wichtig sind so ungefähr aber tabak sieht ganz gut aus hier so in pflanzen wie geht äh ich hab ja auch schon gefragt ob ich noch tabak auf der marsch einbaue aber ich hab das bisher nicht vor ich hab jetzt auch noch ich hab gekalt ich müsste glaub ich noch düngen eigene Felder hier rein guck mir das einmal an ich hab nämlich mal Dünger rein und schick den schick den mal über über die Felder ist die noch drin da stand nämlich auch noch eine Palette rum eben noch gesehen ich hab eben noch gesehen da muss tatsächlich gekalt werden rundherum mit einer noch einmal da hinten hin was ist da noch? durch den mal ja aber wirklich nur 5% ich weiß nicht sehr viel passt schon du musst ja immer drauf achten dass man die Paletten auch immer wieder verbraucht wenn man wechselt zwischen Kalk und Dünger du musst ja wenn hier irgendwie endlos Paletten rum bestehen 8 meter schneidwerk ist echt albern auch 8 meter 5 meter ist zu groß das wissen wir schon 9 meter und dann werden sie noch kleiner den könnte man ein glasgrün nehmen scheinbar hier dolzgrün ja 9 meter das kostet uns 67.000 kostet schneidwerk aber dass wir das gelbe reinkriegen und wir wollen ja dann auch hopfen anpflanzen hier auf dem feld jetzt nicht so den haben es aber auch viel gekostet dann wollen wir mit dem einmal los zum verkaufen und dann können wir dem schon wieder die mehlwerke vorsparen nach feld 16 klicken warte ich natürlich jetzt wollten wir nicht ab 18 uhr spulen 20 uhr glaub ich also in der nächsten folge dann wahrscheinlich aber wir kommen zum ende tatsächlich der heutigen folge schon wieder am wochenende machen wir ja weiter ja ich würde sagen ganz ganz toll dass ihr reingeschaltet habt das gerne in kommentar sagt vielleicht wenn ihr raucher seid oder so gerne mal fleißig kommentieren und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und dann sehen wir uns am samstag morgen wieder macht es gut liebe leute und tschüss